Ein Typ geht auf eine Kostümparty und hat eine Frau auf seinen Schultern. Und die Leute auf der Party fragen ihn, aus was bist du gekommen? Und er sagt, das Schildkröte. Die Leute fragen, wieso er die Frau auf seinen Schultern hat. Und er sagt, oh, das ist Michelle. Michelle, Michelle, bedeutet mein Panzer, verstehst du? Also, was ist es dieses Mal? Ich will Chuck das Land zeigen. Er muss in die Schule und braucht ein gutes Zuhause. Bist du wieder Dads Freundin? Nein. Dad meint, dass er dich nicht schlagen wollte. Schlägt er dich auch? Du wirst ja niemandem sagen, dass wir hier waren, stimmt's? Wer sollst du denn fragen? Und den Abzug drücken. Wieso hat meine Mutter mich verlassen? Manche Frauen sollten einfach nicht Mutter werden, schätze ich. Schaffe verlassen ihre Lämmer nicht. Komm schon, Kumpel, ich bin dein Vater! Was wird denn uns passieren? Hey, das wird schon. Und was, wenn nicht? Und was ist da, ist das... Is da... Anywoman weiße? Oder... Is da... Untertitelung des ZDF, 2020